Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde. Zur großen Verwirrtheit der Bricktrons, oh ja, und zur Carsten-Story. Okay, da haben ein paar immer noch keine Lust. Warum lauft ihr wieder weg? Also ja, die AI ist irgendwie seltsam geworden. Na ja, wir nehmen, was wir kriegen, oder? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also ja, das Resetten tut wirklich die komplette, äh, das Neuladen tut wirklich die komplette AI Resetten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ja, wenn wir so unter 6000 sind Schicken wir die Jungs dann wieder Zum Steinbruch Erst hier noch fertig wegmachen Die letzte Ebene und dann Fangen wir hier drüben an Diesmal haben wir aber alles hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wir haben noch eine Pflätten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, der ist gar nicht gelöscht worden Hey Merke ich jetzt erst Dass er die ganze Zeit noch da war Gut Gut Bis zum nächsten Mal Achso, der ist gar nicht gelöscht Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann wagen wir es mal wieder und schieben ein bisschen. Also ja, wir haben hier noch mehr als genug Berg eigentlich. Wir haben hier erst gerade mal ein größeres Stück rausgeschnitten. So, dann wagen wir es mal wieder. So, dann wagen wir es mal wieder. Wieder zwei von der Sorte. Ach, wie weit? Lauft hier die Klippe runter los? Lauft die Klippe? Schade. Noch zwei von der Sorte. Ah. Die haben es früher geschafft. Ich bin aber bei dem Punkt angekommen, wo ich es einfach nur noch putzig finde. Genauso wie das hier. Punkt, Punkt, Strich, Strich, Strich. Oh, das ist ein paar Mario Level. Du, 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 du. Gut. Okay. Okay. Okay, ja, wir sind jetzt unter 6.000. Das heißt, wir können euch alle wieder nach da drüben verschieben. Sieht immer mehr aus wie irgendein Mario-Level. Also wie die grobe Form eines Mario-Levels. Das heißt, wir können euch alle wieder nachdenken. Und dann machen sie schon wieder komische Sachen. Okay, dann will die Treppe fertig machen. Okay. 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 Ich finde es echt lustig, dass gerade niemand Pock hat, die letzte Stufe zu machen. Und das ist ja auch etwas, das ich hier nicht explizit sagen kann. Nein. Aber das ist auch echt lustig. Ihr seht aber, wie schnell die schon wieder mit dem Auffüllen sind. Also dem Auffüllen der Stockpiles meine ich jetzt gerade. Und dann können wir die Stockpiles die sich jetzt wieder mit dem Auffüllen der Stockpiles noch nicht hin. Warum auch immer in dem einen Dinger nur eins drin war. Was auch immer hier gerade wieder kaputt geht, ey. Was auch immer wieder kaputt geht. Ich stelle einfach mal nicht in Frage, was die da wieder treiben. Ich bin einfach froh, wenn es vorangeht. Effizienz kann man wirklich vergessen. Ich bin einfach froh, wenn es vor allem geht. So, jetzt warten wir nur noch darauf, dass irgendeiner kommt und die Treppe fertig macht. Bist du das? Irgendwie will das keiner machen. Würde ich doof finden, wenn das keiner macht. Machst du es jetzt vielleicht? Äh, nein. Dann geht mal einfach da schaffen. Ich frage mich echt, warum es gerade keiner machen will. Es ist nur einer da und er fühlt sich nicht angesprochen, das zu machen. Dann halt nicht. Sie werden wahrscheinlich eh immer hier hoch und runter gehen. Also sollte alles okay sein. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020